Hey Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es zuerst mal zu spüren heute das neue EA FC 25 gleich dazu noch den Rush Modus, also der war wie Hallenfußballist und ich sage wir starten gleich ins Gebrain mit euch Leute, wie im Intro gleich gesagt, zeige ich euch heute den neuen Modus Rush in Deeper, bzw. den EA FC Komm, pass! Nein, passt doch! Ich hoffe wir haben mal eine gute Runde, wo die Leute nicht so viel in meinen sie müssen eigenständig spielen, so eigensinnig spielen, aber Soll ich vielleicht auch mal schon, dass ich meine Sachen mit der Pässe gut spiele Ah, direkt abseits, weiter Ich will dieses Spiel direkt gewinnen, weil es auch Punkte für mich im Ultimate Team gibt und schreibt auch dann gleich rein in die Kommentare ob euch solche FIFA Videos gefallen und ich sowas mache in die Richtung oder was ihr sehen wollt auf diesem Kanal damit ich auch orientieren kann, was euch interessiert, was mich interessiert und komm, komm, jaaaa Mach das darf es, Pissed Komm 1 zu und Rülf Komm, wir machen gleich hier weiter Hallo? Komm, komm, komm wenn ihr das Video seht, dann ist es eine gute Frage, was dann ist, wenn ich mir doch kein im Kopf gedacht habe, aber irgendwas ist bestimmt, ah nee, aber sonst, ich hoffe, ich geht allen gut, ich bin gespannt, ob ich eine Story zu erzählen, ja, stimmt, ich habe heute eine Lust, ich habe heute eine Story aus der Arbeit noch und zwar, mir ist es passiert, ich bin bei uns gestanden, ähm, unsere Etiketten zu drücken und mein Heft ist neben mir gestanden, er bekommt auf einmal einen Anruf, habe ich ihn unabsichtlich angerufen, obwohl ich neben ihm stand und habe das geschafft, mit meinem Arsch, weil mein Handy in der Hosentasche war, habe ich ihn halt angerufen, das war so eine richtig dumme Geschichte, er sagt mir, du rufst mich mit dem Arsch an, und meine Reaktion, ich fange einfach an zu lachen, ah der ist cool, mein Scherwitz, du bohr den finde ich cool, der ist schön, er ist super, oh, einer geht abseits natürlich, oh, jetzt muss ich nur schön, pass runter, oh, ich muss nur noch pass runter, den Sau! Ah verdammt! Leider nein, aber 2-1 hopp! Wir sind nur in Führung, also hopp, hopp! Komm, 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 komm! Ja, warum jubelt der so lange? Wir führen doch, hä? Aber keine Ahnung, ja. Bei FIFA ist das so. Bei FIFA ist das schon normal. Bei FIFA ist halt einfach so was normal. FIFA ist so ein Spiel, das ist jetzt meiner Meinung, weil es immer heißt, ja, böse Gewalt, ich spiele Ego-Shooter und so. FIFA ist viel schlimmer als ein Ego-Shooter. Von der Aggressivität und Gewalt und so, bin ich ehrlich. Ich spiele aber außerhalb von dem, ist es halt FIFA einfach viel extremer. Also, aber ja. Ich habe es ja oft bestellt und ich finde das Spiel noch sehr buggy. Es ist einfach spielerisch halt einfach teilweise noch sehr, ja, naja. Ist, würde ich sagen. Ich finde die Features auch so geil im neuen FIFA. Wie was mit diesen Rosen so. Ich finde aber auch, einer, was mich urappacht, ist das System in Karrieremodus. Das haben uns das Menü umgeändert und ich nervt das irgendwie sehr stark. Weil irgendwie komme ich damit nicht zu wechseln. und es ist halt etwas mit diesen Nerven, aber auch, alles gut. Passt doch zu mir! Der kriegt halt nicht. Pass, 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 pass. Komm, 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 komm. Ach, sorry. Es war, ja. Ach, sorry. Der war, jetzt richtig gefehlt der Pass. Der war nicht gefehlt, der war, naja. So schlecht. So. Ach, verdammt. Weiter geht's sogar. Wurscht, weiter geht's, hopp. Kämpfen ist das Wichtigste in so einem Game, im Fußball. Kampf und Leidenschaft. Ich wollte ja bitte Glück. Aber... Ja, das ist so. Bei FIFA ist mehr Glück als Leidenschaft. Kampfgeist. Ich hätte schon so, dass der Thomann komplett reingeben. Spissen hat. Ein Tor verursacht hat das mit. Das darf sofort nicht passieren. Nein! Warum? Wie geht das? Ah, weg. Ach, verdammt. Blaue Karte. Jetzt muss ich kommentieren. Komm. Komm. Heulen weg. Heulen weg. Heulen um. Einfach umhauen. Einfach umhauen. So muss das sein. Natürlich. Holen die ja. Komm, komm, komm. Kämpf, kämpf, kämpf. Lass ihn nicht durch. Heulen weg. Und... Einfach erst. Der Tor hält. Und... Es gibt einen Konter. Hier, unser Spiel läuft. Unser Spiel läuft. Und... Drift. Hierzu. Zwei. Hier, grün. Also hier, unser Team. Eine Minute ist noch zum Spielen. 1 Minute 40. Ich komme in 28. In 20 Minuten da rein. Derzeit... läuft das Spiel noch. Und unser Tor hält wie ein Weltmeister. Kriegt dann aber das Tor. Aber... Hiermit steht es. Tier zu 3. Und ca. noch eine Minute ist zum Spielen. Und... Ich bin... wieder... drin. Das war abseits. Ganz klar abseits. Leider nein. Aber... Ja. Alter. Jetzt kann ich wieder umgrätschen. Halt. Das war doch ein ganz klares Foul. Was für... Das Tor. Danke. Hätte er nicht gleich das Tor geben können. Das sind sicher viele, was ich meine. Was doch im Game ein bisschen sind. Jawoll. Das ist 6-3. Mäckte 0 Minuten unten. Mäcken auch. Haben wir jetzt Freistoßes? Komm. Halt. Okay. Halt. Bäh. Dann schieße ich daneben, weil du musst du halt direkt. Bäh. Er hat tatsächlich... Ja egal, auch wurscht. Boom, boom. Einfach weg, einfach weg, ist egal, wir haben ja wirklich gewonnen. Ja, der Sieg ist unser. Und hiermit will ich mir sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video, tschau Leute, bis dann, bis.